Heute wird gewichtelt und wir zeigen euch wie es geht. Weinwichteln ist, wir sind Wichtel und wir schicken Weine und wir bekommen Weine. Ihr schickt jemanden fremden Wein und ihr bekommt von einem fremden eine Flasche Wein. Da man die Leute nicht kennt, ist das mega lustig. Und sehr spannend natürlich. Und das Beste ist, schickt am liebsten eure Lieblingsweine, denn ihr wollt ja auch einen guten Tropfen bekommen. Und dann seht ihr, was ihr dann in der Post habt. Wir haben das schon zweimal gemacht, also vor zwei Jahren. Wir wollen euch auch dazu ermuntern, macht auch mit, weil das ist was Gutes. Ja, es macht wirklich Spass. Man beschenkt Leute, man kennt die nicht, aber man weiss, sie haben Freude und selbst hat man natürlich auch Freude, wenn man etwas bekommt. Weinwichtel gibt es schon seit 2014. Das ist eine Gruppe auf dem Facebook. Das ist Weinwichtel. Ich glaube, das seht ihr überhaupt nicht gut. Jedenfalls, es ist unten in den Kommentaren oder bei der Videobeschreibung eingeblendet. Alle Links sind dort beschrieben, wo ihr klicken müsst und wo ihr euch anmelden könnt. Ist ganz einfach, ist keine grosse Sache. Und ja, macht mit. Es ist sicher spannend, so wie die letzten zwei Jahre, so wie wir das miterlebt haben. Und je mehr Leute mitmachen, umso besser. Ja, es gibt auch zwei verschiedene Kategorien. Man kann ja international oder man kann national Wein verschicken. Also das heisst, wenn man sich national anmeldet, wird nur im eigenen Land die Flasche verschickt. Und wenn man international mitmacht, kann man in der ganzen Welt Wein verschicken. Dieses Jahr werden wir zweimal mitmachen, also einmal für national und einmal international. Ja, und verschicken werden wie eine gute Flasche Wein von uns, also jedes Mal. Und wenn du mitmachst, vielleicht bekommst du auch eine von uns. Das wäre etwas ganz Tolles. Also dieser Ding Dong da, der ist genial. Den kann ich jetzt anziehen, den ganzen Herbst lang, den ganzen Winter lang. Eine Zippel mit zwei. Wir füllen jetzt das Formular gemeinsam aus. Also Piska wird schreiben und ich schwatze ein bisschen zu euch. Und da muss man einfach seinen Namen eingeben, die Strasse, einfach die wichtigen Daten, die es braucht, um ein Paket zu verschicken. Und dann unten auch, also ganz wichtig ist ja beim Weinwichtel, dass man auch mitmacht. Oder man kann sich nicht anmelden und dann einfach kein Wein schicken, das geht gar nicht. Letztens hat es auch Diskussionen gegeben, dass die einen denn die Flasche nicht bekommen haben. Also ganz wichtig, wenn ihr euch anmeldet, schickt bitte eine Flasche. Man kann nicht kontrollieren, wer eine Flasche geschickt hat und wer nicht. Und das ist halt eine Vertrauensbasis. Und wenn ihr anmeldet, macht bitte, bitte mit. So hat man alle ihre, hat man alle Freude. Ja, also wir werden ja zweimal mitmachen. Wir haben gesagt, wir machen einmal schweizweit mit und einmal international. Wie möchtest du Wichteln? Einmal machen wir jetzt erstmal international. Genau. Was trifft auf dich zu? Hobby? Wintersomne? Oh, da sollte Winzerreisen steht Winter. Wir haben einen Fehler, Winter statt Winzer. Also wir machen ja als Winzer mit und ihr bekommt eine richtig gute Flasche Wein von uns. Also wir schicken natürlich den besten Wein von uns. Und das ist klar. Ich stimme zu, dass meine Adresse beim Wichteln weitergeleitet wird, damit ich einen Wein bekommen kann. Also die internationale Anmeldung, die haben wir jetzt ausgefüllt, die können wir abschicken. Ja, senden. Wir sind offiziell dabei bei Weinwichtel 2017. Ah, cool. Also ganz wichtig ist, ihr müsst bis am Sonntag, also am 26. November, müsst ihr euch anmelden. Weil dann ist die Anmeldefrist abgelaufen. Am 1. Dezember, also Anfang Dezember ist die Verlosung. Dann bekommt ihr eine E-Mail und dort ist euer Weinwichtel vermerkt. Und dann könnt ihr euer Paket abschicken. So, wir haben uns angemeldet für national und international. Macht auch mit, es lohnt sich. Ich denke, ihr schaut uns. Ja, meldet euch an. Ihr mögt Wein. Genau. Meldet euch an. Macht mit. Unterstützt die Community. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben zweimal mitgemacht. Es war jedes Mal immer toll, was wir für Weine bekommen haben. Ich kann es nur empfehlen. Macht mit. Macht mit. Und was auch wichtig ist, einfach schnell vorab, es gibt keine Kosten. Also es kostet nichts das Anmelden. Einzig das Porto. Der Versand, den müsst ihr übernehmen, aber diese paar Franken, die hat man bestimmt noch. Und die Freude ist dann umso grösser, wenn man auch was bekommt. Ihr dürft entscheiden, ob ihr Weiss, nehmt Weiss. Ich bin für Weiss. Oder Rot, nehmt Rot für mich. Ob wir Rot oder Weiss schicken sollen. Jedenfalls schreibt unten in die Kommentare, welchen Wein wir für die Schweiz verschicken sollen. Denn wenn ihr ja mitmacht, könnte es ja sein, dass ihr unsere Flasche bekommt. Nehmt Weiss. Rot, Rot, Rot. Weiss, Weiss. Also nicht vergessen, macht auch du mit. Und wir verschenken uns gegenseitig die Weine. Wir sind bereits am Schluss angekommen vom heutigen Vlog und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sind mit Herzblut dabei. Abonniert uns, wenn ihr noch mehr Geschichten aus unserem Winzerleben erfahren möchtet. Es gibt von uns zweimal in der Woche einen Vlog, dass ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid und etwas lernen könnt. Ja, abonniert uns, macht Daumen nach oben. Weiterezählt es euren Familien, euren Weinfreunden. Egal wer. Einfach überall herum erzählen, das ist wichtig. Wir verabschieden uns jetzt und sagen Tschüss. Bis bis bald. Tschüss. Daumen hoch, daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, das ist doch so schön. Abonniert unseren Kanal, das ist doch so schön. Daumen hoch, sowieso. Das ist wie ein Mottbruch.